Ja, moin moin liebe Herzen und Freunde, bin gerade richtig erbärmlich, also da war schon richtig traurig, was soll ich sagen, oh war da traurig, das war so traurig, ich probiere jetzt nochmal, etwa, ich bin beim letzten Boss eigentlich, plötzlich dann doch unerwartet wegen einem kleinen Fehler gescheitert, echt doof, sowas. Ich werde euch wegpusten, werdet ihr für ein neues Experiment so haben? Streicht die Segel, Küstenschiffer. Erzählt Alchemisten nie einen Witz, die reagieren nicht. Okay, okay, ich nehme das hier und ihr nehmt das da. Ich bin hier aber nicht so cool. So wird das nichts. Hab's mir anders überlegt. Wir tauschen zurück. Die Alchemie an sich wird keine Gefahr. Meistens zumindest. Das ist eine große Herausforderung. Du bist bereit, Frischhaberlachter! Eine für euch und eine für mich. Ich hab bald keinen Gründer mehr. Was habt ihr denn? Mach es Spaß! Fress Schrot! Abschaum! Fress Schrot! Abschaum! Eins an dem N Aquí. So ein Gestalt gesternht. So ein Messerz. statscherkodium! Ein ganz simpler Substitutionsvorgang. Eins gegen eins! Guck! Guck! Ich habe keine Karten mehr. Jetzt ist Lündern angesagt. Ich habe keine Karten mehr, ich habe keine Karten mehr, ich habe keine Karten mehr. So, nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt, mischt ihr zwei Kopien davon in euer Deck. Sie kosten eins. Ja, probieren wir mal aus, warum nicht? You need to think outside the box, heißt es ja so schön. Ähm, mal sehen. Müsste ich natürlich auch irgendwas haben, womit sich das lohnt. Womit sich das lohnt, nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt. Das heißt, Zauber sind davon nicht betroffen. Aber Kombo können wir ja da machen. Ganz oft den Kombo-Dude habe, zieht zwei Dudes. Was? Dann ist ja nicht schlimm. So mein Gedanke. Na, den möchte ich nicht spielen, davon will ich nicht noch mehr haben. Aber Minnesänger zieht zwei Diener aus dem Deck. Da kann ich ruhig ein paar von haben. Das ist ja nicht verkehrt. Elixier der Energie. Bin gespannt. Ich krieg kein bisschen mehr runter. Obwohl... Ah, okay. Beste Sitzplatz aller Zeiten. Hä, es ist genug So perfür, Anna da. Es ist genug So perfür. Alter! Ich traf eine Frau ohne Sorgen. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist nicht schön. Könnte sein, dass ich jetzt schon verliere. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, da bin ich down. Ja, wohl vielleicht... Na, ich bin trotzdem down. 6, 7, 8, 10, 15, ja. Leider... ...ein Zug zu spät. Ja, ihr wisst ja, normalerweise... ...ein Try, ein Video. Aber wenn ich so früh rausfliege... ...dann mache ich direkt nochmal in diesem Video eins. Frustrierend. ...eben hat gut gestartet, aber... ...gegen... ...gegen... ...Marai! Ich werde euch wegpusten! Und noch so ein langer Arbeitstag. Der nächste... ...streich die Segel, Küstenschiffer! Ich bin beschäftigt. Seht ihr das nicht? Ich bin... ...das ist... ...geg... 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 Okay. 1.000 Elefanten. Mich schüttelt's. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Na gut, dann halt nur mit einem Elefant. Easy. Jetzt haben wir schon wieder Kosten weniger. Ja, es ist auch eigentlich super OP. Ich weiß nicht, ob das mit einem... Ja komm, wir versuchen es nochmal. Weil es halt einfach super stark ist, aber man braucht halt auch hohe Minions dafür. Wenn man die nicht kriegt, dann bringt es auch nicht so viel. Dann kann man nämlich immer nur zwei Karten ausspielen. Das ist auch nicht cool. Ich werde euch weg posten. Kraft der Mondpriesterin. Kraft der Mondpriesterin. Ich bin drin. Im Namen des Lichts. Ja, die Coins bringen ja eigentlich auch nichts. Weil ich die nicht spielen kann. Wenn ich die spiele, ist das eine zusätzliche Karte. Alter Stube. Halt das Stube. Abschauen. Keine Pausen. Intentioniert sein. Best Schmuck. Abschauen. Das Licht des Mondes leuchtet auf euch herab. Und auf mich. Agnüller nicht. Einiger Stabler. Wo geflutscht wird, fallen Zähne. Die Beute ist schon wieder nichts ordentliches. 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 Die Beute ist schon wieder 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 ordentliches. Man darf mich verraten und verkaufen! Sterb, das Rapper! Verzahn nicht für euch! Die Erden sollst nach! Rackmassen Münzen für mich! Ich bin dir das letzte Mal für die Ego! Ich will euch und euch und euch! Ich bin der Möge, ich bin der Möge! Ich bin der Möge! so also wir hätten hier ich werde die stadt überlasten mehr streicht die segel küsten schilder muss ich laut werden so 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 Oh, oh, oh. Strengt euch mehr an! Spannend zu sein! Macht Spaß! Noch einmal! Wollt ihr etwas in die Luft jaden? Böse sein! Mach nicht wahr! Keine Pause! Böse sein! Mach nicht wahr! Klar machen zum Enter! Ich bin bei der Hand der Magie! Ich bin bei der Hand der Magie! Robert! Neh! Liegt euch! Böse sein! Böse sein! Töse... Graf! Es. Töse... Wollt ihr den Gä trap? Das war's für heute. 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 Hochborn. Ich werde euch wegpusten. Kommt schon, greift mich an. Den behalte ich mal für den Elefanten noch, denke ich. Oh, die Bufferei macht mich wahnsinnig. Das war's für heute. Das war's für heute. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war's für heute. Ich will euch. Ich will euch und euch und euch. Das war's für heute. 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 Dieses ist euer Ende! Bis dann, bis dann. Der Schatz schießt 20 mal, wäre glaube ich ganz witzig mit den ganzen Zauberdamage. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Ich werde husten und husten. Oh, perfekte Hand. Eigentlich. Kann man nicht meckern, ne? Welch prächtiges Strahlen. Schaden war das, ne? Ja. 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 Malygoos. Wunderbar. Elf Damage. Kerze. Ich bin euer Ende. Ich bin euer Ende. Sie ist euer Ende. Ich bin 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 euer Ende. schade in der anderen route hatte ich ja ganz ganz viele elefanten ich glaube das war die letzte episode ganz viele elefanten und dann das natürlich nice aber dann nehme ich noch mal die kerze in verbindung mit viermal maligos und in verbindung mit zauber schaden ja macht schon sinn mal zweimal die kerzen waffe ziehen macht eure waffe giftig zerstört die waffe kann man machen alles nicht so toll aber ich nehme mal das mit der waffe du wirst sie stoppen falsche königin kubelverfassung sein flipp klar du kommst zu spät torgwagel wagtogel dir immer vorerst streicht die segel küstenschiffer du möchtest eine audienz mit königin neuer glitzer so schwächlich ein raffinierter cocktail so schwächlich so schwächlich so schwächlich aber Was ist das, was wir tun? Das war's für heute. Ich will euch und euch und euch. Nix mehr. Du nehmt zurück. Ich will euch und euch. 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 Ich will euch und euch und euch. Ich will euch und euch. Ich will euch. Ich will euch. Ich will euch. Ich will euch und euch. Ich will 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 euch.